Hallo, ich bin Tobias und es ist ein Video für diejenigen von uns, die beruflich viel und lange stehen müssen. Das hat ein paar Komplikationen und Herausforderungen, denn hier sind die Füße und die Beine die am meisten geforderten Strukturen des Körpers. Und besonders dann, wenn wir sehr lange und wahrscheinlich auch eher ruhig stehen müssen, hat das ein paar bestimmte Auswirkungen, denn beispielsweise sackt hier viel Blut vom Oberkörper in den Unterkörper und die Beine werden schwer. Besonders dann, wenn es warm ist draußen und die Blutgefäße geweitet sind, kann es eben sein, dass wenn wir lange sehr ruhig stehen müssen, es tendenziell schwindlig wird und der Kreislauf nach unten sackt förmlich. Das können wir beispielsweise verhindern, wenn wir die Muskulatur der Beine aktivieren und da kannst du dir vorstellen, dass die Muskulatur wie eine Art Hosenstrumpf ist, den du nach oben ziehst. Also du ziehst den Muskeltonus von den Füßen zu den Knien und von den Knien über den oberen Bereich zum Becken hoch. Also wirklich als würdest du einen Hosenstrumpf anziehen. Du ziehst also die Muskulatur im Tonus nach oben hoch, nimmst auch die Kniescheiben mit hoch und lässt dann wieder los. Das kannst du einfach zwischendurch ein paar Mal machen, das sieht keiner, aber es hilft dir, um den Kreislauf zu stabilisieren. Der Hintergrund ist der, dass in den Blutgefäßen, die geweitet werden, eben viel Flüssigkeit nach unten sackt und wir verhindern das, wenn wir die Muskulatur anspannen, da die Muskulatur sich um die Blutgefäße herum schmiegt. Wir drücken die Muskulatur, spannen sie, drücken damit auf die Blutgefäße, reduzieren ihren Durchmesser und so sackt weniger Blut vom Oberkörper in den Unterkörper hinein und die Beine sind dann am Ende nicht ganz so schwer. Also zwischendurch kann ich immer mal hochziehen und loslassen. Eine andere Idee ist, den Blick auf die Füße zu bringen und dann mal zu schauen, wie du überhaupt stehst. Da gibt es ja zwei Varianten, mit beiden Beinen am Boden stehen oder mit einer Stand- und Spielbeinvariante und da kann man schon variieren. Ich bringe ein Gewicht auf das rechte Bein, das wird mein Standbein und beugt das linke Bein und das ist mein Spielbein. Und kann dann hier wechseln zwischendurch. Hat eine kleine Herausforderung, wenn wir also immer ein bevorzugtes Standbein haben, das haben wir meist und stehen meist nur auf diesem Bein, dann ist das natürlich jetzt sehr herausgefördert, die Muskulatur ist angespannt und das strengt an und das Becken kippt tendenziell auch in die Seite weg. Und das hat wieder so eine kleine Auswirkung auf den unteren Rücken. Der macht jetzt so einen kleinen Bogen zur Seite. Also da achte eigentlich immer drauf, dass du zwischendurch mal wechselst. Ansonsten für diejenigen, die sehr ruhig stehen müssen über längere Zeit, bietet sich wirklich an, mit beiden Füßen am Boden zu stehen, was ein bisschen komisch klingt, weil sie meist ja auch haben, aber wirklich beide Füße gleichmäßig zu gewichten. Und es bietet sich an, die Füße so aufzustellen, dass die darüber liegenden Strukturen, also die Gelenke wirklich in einer Achse sortiert sind. Und das ist bei einem sogenannten Hüftgelenkbreitenstand der Fall. Also nicht Hüftbreit. Hüftbreit ist die Außenseite und dann würde ich eher so ein bisschen weiter mit den Füßen nach außen stehen. Hüftgelenkbreit meint wirklich die Gelenkstrukturen. Die haben hier den Oberschenkel, den Oberschenkelhalsbereich und den Oberschenkelkopf, der das Hüftgelenk bildet. Und der ist ein bisschen innen, also der ist nicht hier außen, der ist eher hier. Und dort stelle ich die Füße auf. Das kannst du von außen schön sehen, wenn die Beine parallel nach unten verlaufen, dann ist es ein Hüftgelenkbreiter Stand. Oder die Faustregel, du bringst eine Faustbreit Abstand zwischen die Füße. Das hat den Vorteil, dass jetzt, wie ich schon sagte, die Gelenke übereinander sind. Also wir haben die Sprunggelenke der Füße, darüber die Kniegelenke und darüber eben die Hüftgelenke und verteilen das Körpergewicht selbst jetzt mittig in einer Achse in den Gelenken. Und das ist für die Gelenke deutlich leichter als beispielsweise so ein Stand oder auch so ein Stand, der tendenziell eher instabil ist. Und also schaue, dass die Beine parallel verlaufen. Und ganz wichtig, besonders für mich, in meinem Zusammenbau in der Anatomie gab es so ein paar Herausforderungen. Ich neige beispielsweise zu einem sogenannten Senkspreizfuß. Also unter anderem Senk und gespreizt. Das heißt, Senkfuß bedeutet, dass das Längsgewölbe des Fußes bei mir, wenn ich nicht darauf achte, kollabiert ist. Ja, das sieht dann so aus. Zack. Aufgerichtetes Fuß, das sieht man jetzt auch hier, dem Bein, Fußgewölbe kollabiert. Aufgerichtet würde so aussehen, das Innengewölbe zieht hoch. Aufgerichtet und gesenkt. Das hat auch bestimmte Herausforderungen, nicht nur für den Fuß selbst, der dann nicht mehr in seiner inneren Struktur gut aufgebaut ist, sondern eben nach innen einsackt. Das hat auch eine zentrale Wirkung auf die darüber liegenden Gelenke. Denn wenn ich jetzt das Fußgewölbe aktiviert habe und stelle mir vor, dass meine Kniescheibe so einen Lichtstrahl aussendet, beispielsweise, dann leuchtet dieser Lichtstrahl jetzt genau nach vorn und das Knie ist ideal ausgerichtet. Und das zeigt ja normalerweise nach vorn. Und wenn du jetzt siehst, was mit meinen Knien passiert, wenn ich das Fußgewölbe kollabiere, dann zeigen meine Kniescheiben jetzt nach innen. Ich weiß nicht, ob man diese Hosenfalte hier bei mir sieht. Diese Hosennaht, die ist normalerweise, wenn ich das gut aufbaue, nach vorn ausgerichtet, diese Naht. Und wenn jetzt mein Fußgewölbe kollabiert, dann siehst du, diese Naht macht so einen Bogen nach innen. Und das ist ein Garant dafür, um über die Dauer der Belastung die Knie kaputt zu machen. Also achte immer darauf, dass das Fußgewölbe aktiviert ist. Und wie kann man das machen? Einerseits kann man das natürlich gut sehen, wenn man jetzt keine Schuhe anhat, so wie ich. Da kannst du die Zehen jetzt beispielsweise heben. Vielleicht geht das auch jetzt, wenn du gerade Schuhe anhatst und du drückst die Zehen nach oben in den oberen Teil der Schuhe. Und dann siehst du bei mir, wenn ich die Zehen hebe, hebt sich automatisch das Fußgewölbe und es kann jetzt nicht mehr kollabieren. Jetzt bringe ich noch Gewicht auf die Fersen, auf die lange Außenseite meiner Füße und drücke dann den Großzehenballen wieder aktiv nach unten in die Erde. Ja, also, so dass mein Fuß ideal belastet ist und diese drei großen Belastungsstrukturen ist einerseits die Ferse als große Struktur, dann die Außenseite des Fußes und der Zehenballenbereich, besonders der Großzehenballen. Und diese drei Strukturen drücke ich nach unten, mache dann Abdruck in den Boden oder in die Fußsohle und senke die Zehen zurück. Und das kannst du auch zwischendurch machen. Einmal die Zehen heben und senken oder auch mal die Zehen einkrallen und heben. Das ist auch eine schöne Übung, um nicht nur das Fußgewölbe und also die Beinmuskulatur und Fußmuskulatur zu aktivieren, sondern auch wieder so ein bisschen Leben in die Füße zu bringen. Also Zehen bewegen, heben und senken, Fußgewölbe anheben, dann hebt sich auch der Innenknöchel hoch, die Gelenke sind übereinander gestapelt, Kniegelenkzeigen nach vorn und Hüftgelenke drehen nicht einwärts, sondern sind neutralisiert. Und so stehe ich gut und kann über längere Zeit einigermaßen beschwerdefrei funktionieren. Letzte Idee, um die Beine zu aktivieren und besonders die Füße zu mobilisieren, das ist Gewicht verlagern nach vorn. Auf den Vorderfuß, da merkst du die Beinmuskulatur hier vorn springt an und hinten ist sie auch aktiv oder tut sich was. Dann mal nach hinten lehnen, spüren, was sich da verändert im Gewicht und in der Beinmuskulatur. Mal nach rechts lehnen, das ist meine rechte Seite muskulär aktiv. Mal nach links lehnen, das ist die linke Seite aktiv. Das zwischendurch mal machen, also hin und her, vor, zurück, rechts und links oder das zu einem kreisen variieren, sodass vom Gefühl du um eine mittlere Achse herum kreist, dann kannst du auch wahrnehmen, dass der Muskeltonus mit wandert, also einmal um den Körper herum wandert. Das ist eine sehr schöne Idee, um wirklich dich auch muskulär wieder so ein bisschen zu mobilisieren, ein bisschen Bewegung in den gesamten Körper zu bringen. Letzte Idee, mal auf die zehn Spitzen kommen, also auf die zehn Wallen besser gesagt und zurück und mal versuchen auf die Fersen zu kommen und das ein paar Mal hoch und runter zu rollen. Und das mobilisiert die Füße, kräftigt die Fußmuskulatur, bewegt das Sprunggelenk der Füße und mobilisiert auch die Beine. Also ruhig mal hoch, runter, rechts, links, Fuß vor, zurückschwingen oder mal die Beine einfach ausschütteln oder das Gesamte ein bisschen locker federn. Gut, das waren ein paar Anregungen für diejenigen von uns, die beruflich viel und lange stehen müssen. Egal wo du jetzt stehst, ich wünsche dir eine schöne Zeit und danke dir fürs Zuhören. Namaste.